Der neue Chef, berüchtigt für sein hartes Durchgreifen gegenüber mangelnder Produktivität, setzt seinen Rundgang durch das Büro fort. Sein scharfer Blick fällt dabei sofort auf einen Mitarbeiter, der scheinbar an der Wand lümmelt und auf seinem Handy spielt. Der Chef, entschlossen ein Exempel zu statuieren, geht zügig auf den Mann zu. Na, was verdienen Sie eigentlich pro Woche? fragt der Chef mit einem durchdringenden Blick. Der Mitarbeiter, ohne die Mine zu verziehen, antwortet gelassen, etwa 800 Euro. Der Chef zieht seine Geldbörse aus der Tasche und drückt dem Mann 1600 Euro in die Hand. Das ist Ihr Lohn für die nächsten zwei Wochen. Nehmen Sie sofort Ihre Sachen und verschwinden Sie von hier. Der Mann verlässt das Büro mit einem Lächeln, die anderen Angestellten schauen sich perplex an. Der Chef, sich sicher fühlend, dass er wieder ein Zeichen gesetzt hat, fragt, Kann mir mal jemand sagen, was dieser Foulpelz überhaupt hier gemacht hat? Einer der Mitarbeiter erklärt lächelnd, Chef, das ist der Pizzabote.